Die Krise soll diejenigen zahlen, die in den letzten Jahren die Profiteure des Finanzkapitalismus waren. Man soll die Linke wählen. Einfach, dass es gerecht zugeht. Die Linke hat die Chance, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Ich bin bei der Linken, weil ich möchte, dass endlich auch was für die jungen Leute getan wird. Menschliches Miteinander heißt für mich, dass ich mit anderen Menschen versuche, gemeinsam diese Gesellschaft zu gestalten. Dass aber auch jeder versucht, dieselbe Verantwortung zu übernehmen. Etablierte Parteien brauchen eine starke Opposition von links, damit sie ihr neoliberales Spiel nicht so weitertreiben können. Deutschland ist in meinen Augen überhaupt kein kinderfreundliches Land. Da muss eine ganze Menge passieren und dafür möchte ich mich einsetzen. Ich habe eine ganz schlimme Vermutung, dass dieses Afghanistan endet wie Vietnam, weil wir einfach dort nichts verloren haben. Wir wollen Deutschland und Europa und ein bisschen sogar die Welt verändern. Und zwar indem diese Welt friedlicher und sozial gerechter wird. Wir wollen eine Wirtschaft der freien Menschen. Das ist unsere Vision und dafür kämpfen wir. Ich bin dafür, dass wieder mehr junge Menschen Politik machen, um zu sehen, dass sie dadurch auch etwas verändern können.